Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feindlinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Das hat Ihnen weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um daran alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf Mist gestellt, ganz Europa erobert. Verreiter! Von allem Einfall, von allem, die wir verraten und vertragen waren! Es war ein ungeheuer Verrat gegenüber deutschen Volken! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Sie meinen Herrn glauben, dass ich das bei Ihnen verlasse, wenn Sie sich der Fall haben! Ich bin aber auch sehr sehr geblieben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017